Der Investorendeal für die Bundesliga ist ja bekanntermaßen geplatzt, viele werden sagen zum Glück, die DFL ist da natürlich eher anders gestimmt, denn die Deutsche Fußballliga ist nach dem geplatzten Investorendeal weiterhin auf der Suche nach neuen Geldquellen, die hätten den ja gerne durchgebracht, ist letztendlich nicht passiert, weil die Klubs dagegen gestimmt haben. Nun suchen sie eben andere Geldquellen, um die Einnahmen dennoch zu steigern und da haben sie natürlich wieder mal sehr kuriose Lösungen gefunden, die gerade diskutiert werden und zwar zum einen zunächst einmal Kurzinterviews mit Spielern und Trainern bei der Ankunft im Stadion auf dem Weg vom Bus in die Kabine. Da muss ich erstmal sagen, ja, okay, finde ich noch in Ordnung, wobei ich sagen muss, bei den Spielern sehe ich das auch schon ein bisschen kritisch, denn vor dem Spiel sollten die eigentlich im Fokus sein und da ist es ja schon ungewohnt, dass die ein Interview geben. Die sind da eigentlich im Tunnel und sollten jetzt nicht unbedingt Interviews geben, sage ich jetzt mal vor dem Spiel, finde ich ehrlich gesagt nicht gut, aber wäre noch akzeptabel und bei Trainern ist es ja ohnehin üblich, dass die vor dem Spiel noch Interviews geben, von daher hätte ich da jetzt kein Problem mit. Aber halt eben die zweite Idee, die diskutiert wird, ist meiner Meinung nach extrem fraglich und zwar sind das Halbzeitinterviews. Das Ganze gibt es schon in Frankreich, also wenn ich als Mal League A schaue, gibt es das Ganze schon. Da kommt dann ein Spieler nach dem Halbzeitpfiff zum Interview, bekommt ein paar Fragen und geht dann halt eben danach erst in die Kabine. Finde ich auf jeden Fall ohnehin schon ein bisschen schwierig in Frankreich, weiß ich jetzt nicht, ob man das überhaupt braucht und ich finde es auch nicht förderlich für die Spieler. Also ganz ehrlich, oftmals, was soll man da sagen, da ist eben Halbzeit, das Spiel ist überhaupt nicht entschieden. Man sagt entweder, ja okay, es läuft gut oder was man eben besser machen muss. Ich finde es einfach nicht wirklich nötig und verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer als Zuschauer das Ganze wirklich braucht. Ich meine, ich will Fußball sehen und brauche jetzt kein Interview von irgendeinem Spieler in der Halbzeit und dadurch dann mehr Einnahmen für die DFL und damit die Vereine. Wobei ich ohnehin bezweifle, inwiefern das wirklich krass viel neue bzw. mehr Einnahmen generieren kann. Deshalb meiner Meinung nach komplett schlechte Ideen, die ich auf keinen Fall sehen möchte. Ich meine, das Ganze wird dann immer nur noch transparenter. Irgendwann geht es dann noch so weit, dass man die Kabinenansprachen filmt oder sonst was. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Ich will den Fußball sehen und alles andere gehört sich meiner Meinung nach nicht unbedingt ins TV. Aber vielleicht seid ihr ja anderer Meinung. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder stimme dir mehr zu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. So.